Hi, schön, dass ihr hier zur User Group gekommen seid. Ich bin Fabio Frakassi aus Berlin, bin Freelancer und ich bin im C++ Standardkomitee. Ich vertrete da fast alleine, nicht ganz alleine, die deutsche Delegation und darf daher abstimmen, was so gemacht wird bei C++17. Und das kann ich euch ein bisschen erzählen. Ich weiß nicht, wie viel ihr schon über C++17 gehört habt. Es ist viel in den üblichen Quellen. Viele Leute sind ein bisschen enttäuscht, was zum Teil auch daran liegt, dass ein bisschen zu viel versprochen wurde. Deshalb fange ich mal an mit dem, was C++17 nicht ist. C++17 hat wenige von diesen flashy, wunderbar ankündigbaren, tollen Features. Was auch ein paar nicht, die wir lieber gestern oder vorgestern schon gehabt hätten. So zum Beispiel wie Module, Concepts oder Default Corporations, kann man vielleicht darauf verzichten. Also so Vergleichsoperatoren kriegt man auch immer ganz gut hin, auch wenn sie lästig zu schreiben sind. Concepts und Modules sind natürlich schon Features, die wir gern gehabt hätten. Concepts ist eine never ending story. Wir hoffen, dass sie für 20 jetzt endlich fertig sind. Sie waren nah dran, aber eben noch nicht ganz fertig. Modules waren erst seit ungefähr einem Jahr in wirklich ernsthafter Bearbeitung. Und daher sind sie auf jeden Fall noch nicht fertig genug, dass man sie einfach so in C++17 hätte reintun können. Auch da hoffen wir, dass sie für C++20 fertig sind. Wir werden sehen. Tolle Features, aber auf die werden wir leider noch ein bisschen länger warten müssen. In C++17 sind definitiv mehr Features, die in der Library als im Sprachteil liegen. Das heißt, es sind mehr Library Features da. Es kommen nicht so viele grundlegende Features, die alles verändern, so wie Lambdas drin. Ich finde schon, dass es einige große Features gibt, die verändern werden, wie wir Software schreiben. Also die auch grundlegende Sachen ändern. Also es war bei C++11 ja auch so. Lambdas haben natürlich sehr viel verändert, wie wir die Sprache benutzen. Aber Shared Pointer und Unique Pointer haben auch sehr verändert, was wir in der Sprache machen können, defaultmäßig. Natürlich, Library Features sind immer nicht so spannend, weil wir die immer schon über Boost oder selbstgeschrieben selber uns reinziehen können und sie daher schon vielleicht benutzen, auch bevor sie im Standard sind. Trotzdem ändert es was, wenn man überall hingehen kann und sagen kann, hier, nimm dieses Feature, das ist wie der Standards macht, so macht man es halt. Es gibt viele kleine Features, die viele Sachen einfacher machen und es gibt einige Sachen, die wir einfach gefixt haben, wo Sachen vorher kaputt waren. Ich habe hier während des Vortrags, dieser Vortrag, der liegt auch auf einer GitHub-Seite und zwar auf der GitHub-Seite von der Berliner User-Gruppe. Da könnt ihr euch den runterladen und zu jedem Feature auch noch mal ein bisschen was nachlesen. Ich werde jedes Feature nur ganz kurz anreißen und wenn ihr Fragen habt, unterbrecht mich einfach oder auch danach können wir immer noch so viel wie möglich reden. Ich habe mehr Features, als wir Zeit haben. Einige der interessantesten Features für mich sind diejenigen, die unser Vokabular vergrößern. Also es gibt so ein paar Sachen, Shared Pointer ist zum Beispiel sowas, das hat unser Vokabular vergrößert. Wir können dadurch besser uns über Interfaces unterhalten, über Code unterhalten. Code kann besser miteinander reden. Das sind Vokabulartypen und davon haben wir ein paar neue gekriegt. Viele kennen die vielleicht schon aus Boost. Einer davon ist Optional. Optional ist deshalb so toll, weil er macht eine Lösung für das übliche Problem. Ich habe eine Funktion, die soll einen Wert zurückgeben, aber vielleicht kann sie das aus irgendeinem Grund nicht. Aber ich möchte nicht eine Exception schmeißen oder einen richtigen Fehler reporten. Ich möchte einfach nur sagen, hier ist der Wert oder eben auch nicht. Und das drückt Optional wunderbar aus. Man sagt, man hat so einen Code wie hier. Wenn der Wert da ist, dann kann man ihn benutzen. Wenn nicht, muss man sich halt darum kümmern, dass er nicht da ist. Und für sowas hier, so Code wie hier, habt ihr wahrscheinlich noch und nöcher in verschiedensten Codebasen gesehen. Die kann man dann auch oft sehr viel schneller schreiben. Zum Beispiel über Exceptions. Man sagt einfach direkt, man will den Value haben. Wenn kein Value da ist, wird der eine Exception schmeißen. Oder in vielen Fällen hat man ja auch den Fall, dass man sagt, naja, gib mir halt zum Beispiel einen Konfigurationswert oder eben den Default, wenn es in der Konfigurationsdatei nichts drin stand, dann nehmen wir halt den Defaultwert. Auch das, dafür hat man eine kompakte Schreibweise. Ja, ich erwarte, dass man Optional sehr, sehr viel verwendet. Also ich habe noch keine Codebasis gesehen, wo man das noch nicht brauchen könnte. In naher Zukunft werden wir auch einen zweiten Typ kriegen, der sehr ähnlich ist. Der heißt Expected. Das ist halt der Fall, wenn man nicht nur sagen will, ja, ich habe einen Wert oder nicht. Sondern wenn man, wenn kein Wert da ist, auch noch dazu sagen will, warum nicht. Also was war der Grund, warum ich dir keinen Wert liefern konnte. Also der typische Error-Fall. Weil auch dafür werden wir einen Typ kriegen, der ist aber nicht in 17, der ist wahrscheinlich dann in 20 dabei. Der nächste wichtige Vokabeltyp und vielleicht seht ihr das an der Überschrift, ich freue mich sehr über diesen Typen, Variant. Variant ist eigentlich technisch gesehen nichts anderes als eine typsichere Union von zwei Typen. Also man hat entweder den einen Wert oder den anderen oder auch mehrere. Man hat vielleicht 3, 5, 10, was weiß ich. Aber auf jeden Fall ein festes Set an Werten. Das klingt jetzt erstmal noch nicht so viel. Was den Typ so wichtig macht, ist, dass es einen sehr effizienten Ansatz bietet, wie man Dynamic Dispatch, also wie man zur Laufzeit ein Dispatch machen kann. Und zwar nicht über ein Set, was offen ist, wo man beliebig viele Typen rein tut, sondern ein festes Set mit eingeschränkten Typen. Und so etwas hat man zum Beispiel so das klassische Beispiel, was man oft in objektorientierten Beispielen hat, ist das klassische Shape-Beispiel. So etwas kann man auch mit Variant gut abbilden. Ein spezieller Typ ist dieser Monostate. Monostate ist nüscht. Also es kann auch sein, dass keine Shape-Bei rauskommt. Oder eben man hat verschiedene Formentypen. Und dann hat man so eine Funktion wie Intersect, die man schreiben kann. Die einfach auswählt, wenn ich zwei Formen habe, wo ist die Schnittmenge von diesen zwei Formen. Und die kann man relativ leicht dann benutzen mit verschiedenen Typen. Man hat hier verschiedene Formen, die man baut. Rechtecke, Linien und bildet die Schnittmengen von diesen Typen und zeigt dann diese Schnittmengen an. Der Code ist relativ simpel und er ist sehr effizient. Der wird runterkompiliert zu einfachen Case-Statements. Und hat den Vorteil, ich habe nicht wie bei dem klassischen objektorientierten Beispiel, erstens, wenn ihr den Code in objektorientiert schreibt, ist der dreimal so lang. Es sind Pointer drin, es sind Heap-Aufrufe drin, es sind Heap-Allokationen drin. Generell ist das kein schöner Code und auch kein effizienter Code. Mit Variant, der Code ist schnell, der Code ist sehr einfach. Und ich finde, das ist ein tolles Feature, weil wir einfach viel wegkommen werden von dem klassischen objektorientierten Modell. Ein ähnlicher Typ ist Any. Any heißt, es ist ein Value-Holder, also ein wertsemantischer Typ, der beliebige Typen halten kann. Also so eine Art Void-Pointer, nur in Typen sicher. Für viel mehr kann man ihn auch nicht benutzen. Er ist sehr beliebt, dieser Typ, und er wird oft benutzt, wo man eigentlich besser Variant benutzt. Qt hat zum Beispiel auch einen Typ, der heißt Q-Variant, der eigentlich ein Any ist. Besser ist eben der richtige Variant, wo man ein festes Set hat und nicht beliebig was reintun kann und nur zufällig dann wieder das rauskriegt. Ein weiterer Vokabular-Typ, den man sehr, sehr oft benutzen wird und der super einfach zu implementieren ist, StringView. StringView ist nichts weiter als zwei Pointer auf dem Character-Array. Okay, Anfang, Ende. Das braucht man im Prinzip fast überall, wo man mit Strings oder String-artigen Sachen operieren will, aber nicht wissen will, wem der String und wem die Daten eigentlich gehören. Und wenn man darüber nachdenkt, ist das eigentlich ein sehr, sehr großer Teil des Codes, wo man eigentlich gar nicht wissen will, wem gehören die Daten eigentlich, sondern wo man sie nur in einer Form bearbeiten wird. StringView ist Kunst. In der C++17-Form. Es wird später noch eine Klasse geben, womit man auch die Daten verändern kann, die man als Buffer verwenden kann. StringView ist nur für konstante Daten da. Und das klassische Beispiel, was man, die Probleme, die man hat, ist, man hat eine beliebige Funktion, mit der man irgendwas mit String-Daten machen will und übergibt die jetzt per Const-String. Das Problem ist, wenn man sowas hat und dann String-Literal reinpackt, dann hat man ein Problem, weil man einen Performance-Bug hat, weil da immer ein temporärer String angelegt wird. Das heißt, es gibt wahrscheinlich, je nachdem wie lang der String hier ist, gibt es noch eine Heep-Allokation dabei. Ist alles nicht so toll. Wenn man natürlich eine Variable übergibt, die man sowieso schon hat, dann ist es okay. Andersrum, okay, hier habe ich vergessen reinzuschreiben, das Interface von dem Process ist jetzt ein Const-Char und erwartet ein String-Literal. Dann funktioniert das wunderbar und das kompiliert nicht, weil wir da keinen String reingeben können und den String nicht implizit in String-Literal umwandeln können. Das heißt, früher hat man dann oft sowas gemacht. Man hat das Interface doppelt geschrieben und das eine auf das andere abgebildet. Man musste es meistens so rummachen. Man musste immer das mächtigere Interface hat man benutzt und hat dann auf dem weniger mächtigen das dann implementiert. Und da fehlt einem dann natürlich die Größe. Man muss dann wieder String-Ling oder irgendwie sowas machen. Das ist nicht schön und manchmal auch noch ineffizient. In C++17 kann man ein Interface machen. Man gibt das Interface, man gibt den String-View per Value. Also braucht keine Referenzen oder sowas. Und der String-View ist immer sicher. Man weiß immer die Größe von dem String. Und man hat effizient ohne, ganz ohne Temporaries nicht, natürlich wird implizit ein String-View generiert. Aber der String-View ist so einfach, dass der Compiler die raus optimieren kann und es wirklich ein effizientes Interface ist. String-View kann man überall benutzen, wo man so ein Charakter-Array benutzen würde, wo man sonst const-Ref, ein String per const-Ref oder per C-String übergeben würde. Ein schönes Ding, was man damit super einfach implementieren kann, ist so eine Art String-Cat, wo man einfach beliebige Typen, die irgendwie aus Charakteren bestehen, ineinander in einen String überträgt. Das ist optimal effizient. So schnell ist es, genauso schnell, als ob man es mit MemCopy zusammen sich bauen würde, mit genau den Grenzen, die man baut. Da kommt genau der gleiche Code bei raus. Und solche Sachen gibt es da, die man mit String-View machen kann, mehr. Das klingt jetzt alles so toll, man kann tolle, schöne Sachen machen. Es gibt natürlich ein paar Sachen, die nicht funktionieren. Wir wären nicht in C++, wenn nicht, wenn es nicht ein paar kleine, fiese Fallen gäbe. String-Views sind so definiert, dass sie den Zero-Termination-Charakter nicht hintendran haben. Wenn man darüber nachdenkt, es geht halt auch meistens nicht anders, weil man will ja zum Beispiel ein String-View auch, man hat einen großen String und will da irgendwie ein Stück rausnehmen. Dann ist in der Mitte von dem String natürlich kein Zero-Charakter drin. Und ich kann den auch nicht da reinschreiben, weil vielleicht gehören mir die Daten ja gar nicht. Vielleicht ist der String konstant oder irgendwas und ich kann da nichts dran ändern. Deshalb kann er auch nicht da rein. Das heißt aber, man kann sich natürlich auch nicht darauf verlassen. Und wenn man zum Beispiel in C-API einen spricht, die erwartet, dass man nur den Anfang übergibt und dann irgendwo kommt dann schon eine Null. Das funktioniert nicht. Und da muss man eben darauf achten. Es gibt diese Funktion, man kommt sehr leicht an den Anfangs-Pointer von dem String-View, aber das funktioniert eben nicht. Da muss man dann eben temporären String bauen. Es gibt eine Möglichkeit, darüber wird auch noch diskutiert, ob wir später noch einen anderen String, einen Zero-Terminated-String-View bekommen, der sowas macht. Kann man sich überlegen. Eine ähnliche Klasse wie String-View werden wir also ziemlich sicher in C++20 kriegen. Es ist eigentlich quasi schon drin, ist nur noch nicht ganz fertig gewesen für 17. Sobald wir wieder Sachen reinpacken können, werden wir das machen. Und das wäre der Span, der kann eben erstens für andere Dinge als wie Character-Types benutzt werden. Also wenn man einen Vector-of-Int hat, kann man mit einem Span eben auch dann andere Datentypen das Gleiche machen. Und man kann dadurch einen Span auch durch reinschreiben in die Daten, in den Container, dem die Daten gehören. Man kann natürlich nicht die Größe von den Daten verändern. Ein Sprachfeature, das wir gewonnen haben, was in dem Zusammenhang ganz interessant ist, ist das Range-Based-For, also die Vorschleife, die auf Containern funktioniert. Die hat eine Einschränkung weniger. Bisher ist es ja so, dass das, was man als Container oder als Range in den Vorloop reinschmeißt, muss ein Beginn und ein End haben. Und das, was Beginn und End hat, der Typ muss der gleiche sein bisher. Das ist manchmal nicht so schön, weil man dann zum Beispiel für diese Iteratoren, für den End-Iterator irgendwie tricksen muss, damit er der gleiche Typ ist wie der Anfangs-Iterator. Diese Einschränkung ist jetzt aufgehoben worden. Man kann jetzt da verschiedene Datentypen reintun. Und das erlaubt es uns, so etwas zu machen wie hier, dass man einen Iterator hat, ganz klassisch, wie man den sonst auch hat, für Beginn. Der kriegt den Iterator zurück und der Rückgabewert für End ist ein Sentinel, ein sogenannter Sentinel, also ein Guard, der nichts weiter tut, als dafür zu sorgen, dass das Typsystem erkennt bei einem Vergleich, ich vergleiche hier zwei Dinge, aber ich brauche keinen Wert, mit dem ich vergleiche. Und da kann ich dann zum Beispiel einen konstanten Wert wie im Vergleich den Iterator mit 0 reintun. Und kann dann dadurch Code schreiben, der einen String-Literal, also einen Zero-Terminated-String hat, der jedes Zeichen einzeln sich anguckt und dann mit jedem Zeichen irgendwas macht. Und das Schöne daran ist, wenn man das mit einem normalen, mit heutigem Code macht, würde man am Anfang einen String-Lang machen. Das heißt, man würde einmal über diesen String drüber laufen, gucken, wo ist das Ende. Dann hat man Beginn und End, schmeißt es ins Vor und läuft nochmal drüber und macht was mit jedem Zeichen. Jetzt kann man das in einem machen. Also spart man sich einen Durchlauf. So. Natürlich gibt es nicht nur Library-Features, es gibt auch ein paar schöne Language-Features. Und zwei von den interessantesten sind zwei Features, die sehr spät im Prozess erst reingekommen sind und wo alle so ein bisschen überrascht waren, dass das so schnell ging, die von nichts auf wir tun sie in den Standard hinzukriegen. Und ich glaube, die werden auch eine Menge Code vereinfachen. Das erste Feature, Selection Statement with Initializer, ist dieses etwas seltsam aussehende If hier, das dieses komische Semikolon da drin hat. Und zwar kann man jetzt in einem If-Statement zwei Dinge gleichzeitig tun. Ähnlich wie in einem For-Statement kann man sagen, erst eine Variable initialisieren und dann als zweites die Kondition angeben. Also man hat vorher diesen Initializer, das was man vorher nicht machen konnte. Und das zweite Feature, was wir bekommen haben, ups, da wollte ich nicht hin. Das zweite Feature, was wir bekommen haben, sind die Structured Bindings. Das ist dieses Feature, mit der man eine Funktion, die mehrere Werte zurückgibt, die ein Tuple oder ein Pair oder ein Struct oder was auch immer zurückgibt, was aus mehreren Werten zusammengesetzt ist. Da kann man jetzt diese Werte in getrennte einzelne Variablen packen, ohne einen temporären Wert einzufügen. Und gemeinsam kann man diese Features eben nutzen, um sowas zu machen wie hier. Ich füge einen Wert ein in eine Map, die ich habe, gucke, ob sie wirklich eingefügt, also wenn sie vorher schon drin war, dann behandle ich diesen Fall. Und wenn sie vorher noch nicht drin gewesen ist, dann muss ich mich halt darum kümmern, kann da was anderes machen. In beiden Fällen, die Variablen, klar, wenn man sie hier in dem if-Initializer macht, die sind gültig in diesem Scope, also in dem sen-Scope und in dem else-Scope, wie man es erwarten würde. Beide Features sind nicht viel mehr als Syntactic Sugar, also es ist einfach nur eine schönere Schreibweise für Code, den man bisher auch schon schreiben konnte. Aber solcher Code kommt sehr häufig vor und wenn man den ganzen Boilerplate, den man da hat, wenn man den loswerden kann, das lohnt sich, das ist schön. Frage dazu, Kleiner? Ja? Gibt es ja noch den Umkehrschluss, dass man die Vorschleife in den Semifoljahr weglassen kann, wenn man nichts initialisieren will? Nein, das... Kann ich ja jetzt eine Condition reinschreiben? Nein, nein, kannst du nicht, aber du kannst bei vorher immer schon die Initialisierung weglassen. Also, ja, daran ändert sich auch nichts. Ich weiß nicht, ob man dann Probleme kriegen würde. Mit dem Parsen oder so. Ja, ein weiteres Feature, oder hier habe ich auch wieder in dem Beispiel drei Features zusammengefasst. Template Argument Deduction for Class Templates. Ihr kennt alle so Factory Functions wie zum Beispiel Make Shared, die man nur deswegen braucht, weil der Typ, den man da erstellen will, ein Template ist und man aber nicht alle Template Parameter angeben will, sondern die aus den Parametern, die man in die Funktion rein tut, deduzieren will. Das geht bisher nicht direkt im Konstruktor. Also, man kann nicht direkt sagen, hier, das ist mein Typ, der wird mit den und den Parametern generiert. Mach mir doch den richtigen Typ. Du hast alle Daten Compiler. Und dann sagt trotzdem, nee, verstehe ich nicht. Und man muss dann immer diese getrennte Funktion schreiben, die dann als Factory Funktion gedient hat. Das muss man jetzt nicht mehr unbedingt. Wenn man ein Klassen Template hat und einen Konstruktor, der aus mehreren Werten das erstellen kann, dann funktioniert das im Zweifelsfall von alleine. Wenn man da irgendwie eine Spezialbehandlung braucht, also wie zum Beispiel Make Shared, hat ja bestimmte Sachen, wie sie den Typen noch vorher umbaut, bevor der richtige Typ dann erstellt wird. Auch diese Änderung kann man in einem Spezialkonstruktor sozusagen angeben und sagen, hier, wenn du den Typ bekommst, mach daraus den anderen Typen. Was man damit machen kann, ist halt, dass man sowas hat, wenn ihr Code kennt, mit zum Beispiel Logguards, Mutexen und so, Dann hatte man früher immer, oder bis jetzt musste man immer schreiben, Logguard von Mutex von, und dann die Parameter. Dieses von Mutex fällt halt jetzt weg. Also hier, wo man einfach eine Funktion reintut, man braucht hier kein Template mehr zu schreiben, obwohl das natürlich ein Template ist. Das kann er jetzt einfach aus dem Parameter selber deduzieren. In einem ähnlichen Zusammenhang, deshalb habe ich es hier in eins geschrieben, ist NoDiscard, ist ein kleines Feature, ist ein Attribut, was man schreiben kann. Entweder an einen Struct generell oder an bestimmte Funktionen auch. Das sagt, wenn ich diesen Typ als Return-Wert irgendwo habe, man kann es auch in eine Funktion schreiben, wenn diese Funktion einen Return-Wert zurückgibt, dann ignorier den bitte nicht, weil ich gebe dir den aus dem Grund. Und das führt dazu, dass der Compiler dann ein Warning ausgeben kann, beziehungsweise ein Fehler ausgeben kann, wenn man es doch ignoriert. Also wenn man hier so einen Scope Guard hat, Scope Guard sagt allen was. Wenn man so einen Scope Guard hat, ein beliebter Fehler war, dass man sowas geschrieben hat und vergessen hat, hier einen Namen reinzuschreiben. Das funktioniert dann nicht mehr. Da sagt der Compiler direkt hier, du hast NoDiscard ignoriert, mach das bitte nicht. Und das ist auch ein schönes Feature, weil so Scope Guards, solche ähnlichen Sachen kommen halt relativ häufig vor. Noch eine Funktion, ein super einfaches Feature, Uncored Exceptions, wichtig, Uncored Exceptions gibt es schon, Uncored Exceptions ist neu und es macht das, was Uncored Exceptions früher schon hätte tun sollen. Das Problem mit Uncored Exceptions ist immer, es ist nicht so wirklich sinnvoll zu wissen, ob eine Exception irgendwie da ist, weil das reicht irgendwie nicht, weil man weiß nicht, warum sie da ist oder wer sie jetzt geschmissen hat oder ob ich dafür verantwortlich bin oder nicht. Mit Uncored Exceptions, das sagt einem, wie viele gerade da sind und das ermöglicht es uns sowas zu machen, wie hier in so einem Scope Guard, wo man sagen kann, wo man speichert, wie viele Exceptions waren da, als ich erstellt wurde. Und am Ende guckt, sind jetzt mehr Exceptions da, das heißt, hat irgendwo in dem Bereich, wo ich dafür verantwortlich bin, hat da jemand noch extra geschmissen, dann muss ich was tun, wenn nicht, dann nicht. Und dann kann man eben so ein If-Statement machen von wegen, im Fehlerfall mach das, im Erfolgsfall mach das und hat dann schöne Möglichkeiten. Auch das kann man bisher schon schreiben, allerdings nicht plattformübergreifend, jetzt macht das den Code etwas einfacher und stabiler. Ah ja, und so ein Scope Guard wie hier, ja, das ist jetzt viel einfacher zu implementieren als früher. Früher hätte das nicht auf einen Bildschirm gepasst, aber natürlich ist das Feature selber viel zu nützlich, als dass man es nicht in den Standard kriegen würde und auch das ist ein Feature, das relativ weit oben auf der Liste für 20 steht. So, das waren meiner Meinung nach die wichtigen, die großen Features und jetzt kann ich weiter einfach irgendwelche Features auflisten oder ihr sagt, fragt mich Dinge, welche euch besonders interessieren, wenn ihr schon von welchen gehört habt. Const-Expression-Nift habe ich. Ich würde hier noch zu dem Punkt kommen, dass es in den Vereinsfeuerdeutsch, der Konstruktor, der Template, Argumentation, Wieso ist das erst jetzt möglich? Hauptsächlich, weil es keiner vorher, weil keiner den Vorschlag gemacht hatte, das möglich zu machen. Ich weiß nicht, warum es im Original, bei den Original-Templates nicht drin ist, das war lange vor meiner Zeit. Also, das war ja im Original C++ 98 schon so. Da weiß ich nicht, was damals die Begründung war, warum man das nicht gemacht hat. Vielleicht einfach nur, dass es vom Feature schon komplex genug war und niemand es richtig überschauen konnte, ob man das braucht, wie man es brauchen könnte. Ja, also ich glaube, es hat einfach damals wahrscheinlich keiner dran gedacht und jetzt hat es halt mal einer gesagt, ja, das ist doch lästig, dass wir es immer machen. Ja, wir arbeiten immer drumherum, lass es uns jetzt mal richtig machen. Und ja, es ist nicht ganz einfach zu implementieren. Also, da gibt es schon viele Corner Cases, viele Sachen, die man beachten muss. Wann, wie, wo, was geht implizit, wo muss man explizit was schreiben, wie macht man die Syntax dafür, dass es explizit ist. Darf jemand anderes so einen Guard schreiben oder nicht, also so einen Konstruktor schreiben oder nicht? All solche Fragen. Wie jedes Feature nicht ganz trivial. Konstexprative habe ich drin. Da. Konstexpr if heißt jetzt if constexpr. Nützliches Feature. Moment, für das Beispiel mag ich vorher kurz dieses Feature. Auch ein Library Feature mit einer wahnsinnig langen Implementierung. Ja, das ist das ganze Feature. Das Feature ist komplexer, als es aussieht. Beziehungsweise eigentlich nicht, aber man kann damit unglaublich viel tun. Dieses kleine Ding hier, dieses Void-T sorgt dafür, dass man einen Sfinet-Type machen kann für solche Template-Parameter. Und damit kann man relativ leicht so Klassen schreiben, wie ob eine Funktion, also ob ein Typ eine bestimmte Member-Funktion hat oder nicht. Das war früher relativ aufwendig. Das war so eine halbe Seite Code, die man dafür brauchte. Mit dem Voider ist es relativ einfach, so etwas zu implementieren. Man sagt hier einfach, wenn es diese Funktion gibt, dann ist das ein legaler Ausdruck. Dann funktioniert das. Wenn nicht, fällt er zurück auf diese Implementierung und sagt, das ist ein False-Type. Und das kann man dann eben in so einem If-Konst-Expro-Ausdruck benutzen. Man hat hier so eine Rendering-App, wo man einen Run macht, wo man periodisch neu rendern will. Und jetzt guckt man, je nachdem, ob diese Application, die der Programmierer da reingesteckt hat, ob die eine Funktion hat, Render with Time, also eine Funktion, die einen Parameter nimmt. Wenn ja, dann messe ich die Zeit und stecke die auch da rein in die Funktion. Dann sage ich immer, wie viel Zeit ist vergangen vom letzten Frame aus. Wenn derjenige keine, wenn er nur eine normale Render-Funktion ohne Parameter übergeben hat, implementiert hat, dann mache ich halt nur das. Dann gebe ich ihm die Zeit nicht und brauche sie aber auch nicht zu messen. Und wenn er weder noch gegeben hat, wenn er gar keine Render-Funktion übergeben hat, dann sage ich ihm, du hast das nicht richtig benutzt. Das ist natürlich wieder so ein Ding. Man kann das natürlich klassisch mit virtuellen Methoden implementieren. mit Default-Implementierung. Aber dann hat man eben immer auch in diesem Renderer-Loop immer diese virtuellen Dispatch drin. Hier, das ist statisch. Das funktioniert komplett ohne irgendwelche virtuellen oder indirekten Calls und ist damit effizienter. Eingeschränkt auf Funktionsscopes. Eingeschränkt auf Funktionsscopes, ja. Und im Gegensatz zu älteren Const-Express-If-Proposals, die es ja schon früher mal gegeben hat, die alle abgelehnt wurden, ist eine Sache, die wichtig ist, ist, dass das, was da drin ist, das muss syntaktisch korrekt sein. Aber, also, es dürfen halt Aufrufe drin sein, die nur, die abhängig sind von dem, was in, von dem Argument sind. Aber es darf nicht einfach irgendwelche völlig kaputten Statements drin sein. Was bei alten Sachen oder auch, weil man mit Präprozessor-If-Dev arbeitet, da kann man ja beliebig reinschreiben, da kann man Scopes überspringen. All das geht hier nicht. Man hat immer einen Scope, man hat immer hier den If- oder den Else-Scope, ja. Und einer von beiden muss halt legal sein. Und zwar immer der, der richtig zu dem Condition passt. Es ist also eigentlich auch hier wieder nur Syntactic Sugar für Template-Spezialisierung und, na, Enable-If. Ja. Andere Funktionen. Ja. Searcher. Wenn man mehr als einen Feind braucht, wenn man längere Texte hat, dann kann man halt eben eine richtige Suche in größeren Strings, kann man eben kleine Texte suchen. Effizient. Das ist nicht so spannend. Das hier ist noch so ein Feature, wo wir im Februar noch drüber sprechen müssen, wie die genaue Syntax aussieht. Die nähert sich jetzt dem finalen Stand an. To Chars, from Chars. Also einfach, man hat eine Zahl und möchte die in String umwandeln und umgekehrt. Dafür gibt es schon jede Menge Funktionen. Alle sind verschieden, gut oder schlecht. Je nachdem, wofür man sie benutzen will. Für den ganz Low-Level-No-Overhead-Case, also wenn man wirklich das schnell haben will und genau weiß, wo es hin soll, dann ist To Chars from Chars als Low-Level-Implementierung das Richtige. Ah ja, so ein Ding, was es einfacher macht. Expression Evaluation Order. Bis jetzt war es undefiniert, in welcher Reihenfolge die Parameter von Funktionsaufrufen und von Operatoren ausgeführt wurden. Das wurde jetzt definiert und zwar für Assignment ist es so, dass die rechte Seite, also das, was zugewiesen wird, zuerst ausgerechnet wird, dann wird ausgerechnet, wo es hinkommt und dann wird es da reingepackt. Und alles andere geht von links nach rechts, so wie man es liest. Bis jetzt gab es da Sachen, gab es da Probleme mit, zum Beispiel, wenn man sowas hier geschrieben hat, Code, der immer interessanter wird, wenn man zum Beispiel Future hat, wo man dann verschiedene Sachen nacheinander ausführen will und auch erwartet, dass die auch in dieser Reihenfolge eben die Sachen ausgeführt werden und Nebeneffekte nicht von vorne irgendwie nach hinten transformiert werden. Das funktioniert jetzt auch so, wie es gedacht war, genauso wie wenn man ein Beispiel hat, wenn man ein String hat und dann mehrere Sachen hintereinander wegreplacen will, dann ersetzen will, dann erwartet man nicht, dass zuerst das letzte ersetzt wird und dann das erste. Das kann zu komischen Effekten führen, wenn man sehr komplizierte Ausdrücke schreibt. Was immer noch undefiniert ist, ist die Argumente. Also wenn man hier mehrere Ausdrücke hat, dann ist immer noch nicht klar, in welcher Reihenfolge A, B und C ausgeführt werden. Die können in beliebiger Reihenfolge ausgeführt werden. Das ist zum Beispiel auch interessant, weil wir kriegen immer mehr Parallelismus und zum Beispiel könnte ein Compiler auch hingehen und jeden von diesen Parameter auf einem anderen Thread ausführen. Und das will man sich nicht verbauen, deshalb hat man das unspezifiziert gelassen. Man hat allerdings eingeschränkt, dass wenn man komplexere Ausdrücke hat, dann ist definiert, dass jeder Ausdruck für sich nicht übergreifen darf. Dadurch geht das Beispiel für, wenn man zwei Unique Pointer in einer Übergabe macht, das kann jetzt nicht mehr fehlschlagen. Egal wie es definiert ist, ich würde immer noch empfehlen, keinen Code zu schreiben, der sich auf sowas verlässt. Ja, noch eine kleine Verbesserung, ConstExpr Lambdas. Lambdas darf man jetzt auch in ConstExpr Kontexten verwenden. Man kann nicht ein Lambda als ConstExpr markieren? Doch, kann man auch, muss man aber nicht. Also, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, dann, weil ein Lambda ist immer inline da, das heißt, der Compiler kann immer erkennen, ob die Voraussetzungen erfüllt sind. Von daher kann man, braucht man, also man kann hier natürlich ConstExpr Auto vorschreiben, um es zu garantieren. Aber... Ist das nicht bei ConstExpr Funktionen auch immer die Imprimierung? Ja, aber... Dann könnte man auch sagen, bei jeder Inline-Funktion sieht der Compiler, ob man das jetzt ConstExpr ausführen kann oder nicht. Ja, also bei Funktionen ist das, ist das Argument, dass es eben Teil des Interfaces ist. Ich weiß nicht, warum es bei Lambdas anders gehandhabt wurde. Vielleicht habe ich auch einen Fehler drin. Das könnte ich mal in eine Erfahrung bringen. Na, nicht jetzt. Schaue ich mir nochmal an. Ja. Static Assert, man braucht jetzt nicht mehr bei Static Assert immer eine Meldung hinterzuschreiben. Das hat den Vorteil, bisher hat man oft da sowas hingeschrieben wie, das ging nicht, weil die Größe war nicht vier. Solche Sachen. Dann steht man da und guckt sich an, ja, warum ist die Größe von dem, was ich da reingesteckt habe, nicht vier. Und was habe ich da überhaupt reingesteckt oder was ist da jetzt eigentlich angekommen? Und jetzt kann der Compiler, wenn man ihn nicht einschränkt mit der Nachricht, kann der Compiler eben auch sagen, was die Parameter waren. Ja, kleine Verbesserung. Das hat früher nicht funktioniert. Man konnte nicht sagen, man konnte nicht Sys, also das Objekt, in dem ein Lambda ausgeführt wird, konnte man nicht by Value referenzieren, wenn man schon alles andere by Value nimmt. Weil der Sys-Pointer ist eben ein Pointer und Pointer by Value ist eben der Pointer-Value. Man will aber oft das Objekt by Value haben und in das Lambda reinstecken und deshalb geht das jetzt eben auch und vorher musste man dann eben solche komischen Workarounds machen. Das Feature ist raus, das gibt es nicht mehr. Das wäre ein schönes kleines Feature geworden, allerdings hat das das Problem, dass es die ABIs brechen würde. Und was erstmal, also es würde halt dafür sorgen, dass man inkompatible Bibliotheken hat. Das wäre an sich nicht weiter schlimm, aber es wäre das einzige Feature, was das für C++17 tut. Und das war es nicht wert. Deshalb, ja, nettes Feature, nicht besonders wichtig, aber wenn man es gehabt hätte, dann wäre es okay gewesen. Wenn wir das nächste Mal das ABI kaputt machen, dann kriegen wir so ein Feature vielleicht auch wieder. Es gibt ein paar Tools. Uninitialize heißt, es gibt schon ein paar Sachen, womit man mit initialisierten Speicher sicher arbeiten kann. Das braucht man, wenn man Container implementiert für bestimmte Sachen, wo man wirklich effizient braucht, Effizienz braucht, sodass man keine duplizierte Initialisierung hat. Da gibt es jetzt ein paar mehr Management-Tools, mit denen man arbeiten kann. Eines der wenigen Proposals, was von null in den Standard gekommen ist in einem Meeting. Ja, jede Menge kleine Helfer. Vielleicht noch interessant, Variadic Log Guard. Wenn man einen Log Guard hat, Log Guard kennt ihr für einzelne Mutechse. Für mehrere Mutechse musste man das von Hand machen. Was nicht so toll ist, weil man dann die Reihenfolge festlegt, in der die Logs genommen werden. Was Deadlogs möglich macht. Wenn man mehrere Mutechse hat, nimmt man normalerweise das Deadlog und gibt mehrere Mutechse dann an, sodass der Algorithmus das dann anpassen kann. Dann hat man aber wieder das Log Guard nicht und hat kein schönes Rye-Idiom. Und jetzt kann man eben beides gleichzeitig machen. Ja, ich würde jetzt einfach mal aufhören und euch weitere Features entweder fragen lassen oder, oder, ja, weil der Rest sind Kleinigkeiten. Gab es denn noch dieses Universal-Invoke? Nein, das ist aber schon, das ist auch so ein Feature, was versprochen wurde, was aber auch schon lange raus ist und was auch bei näherer Betrachtung nie so wirklich in der engeren Auswahl war. Kannst du noch kurz sagen, was ist das Problem? Also in der allerersten Form war es eben viel zu weit gefahren, also bei Universal-Call-Syntax ging es darum, dass man Member-Funktionen und freie Funktionen, die als ersten Parameter einen bestimmten Typ hatten, frei und austauschbar verwenden konnte. Also dass man entweder sagen konnte, x.f oder f von x. Und beides ruft je nachdem die gleichen Funktionen auf. Entweder den Member, wenn es den nicht gibt, dann fällt es zurück auf die freie Funktion oder umgekehrt, je nachdem, welche Syntax man gewählt hat. Es war relativ schnell klar, dass man, wenn nur eine Seite machen will und zwar nur die, dass die Member zurückfallen auf die freien Funktionen. Aber auch da ist das Problem, man öffnet halt den Raum von, den Namensraum von Member-Funktionen für die gesamte Welt. Das heißt, man hat irgendeinen Typen, den man speziell dafür gemacht hat, dass er eben bestimmte Sachen nicht kann oder dass die nicht funktionieren, dass das Interface in einer bestimmten Weise funktioniert. Irgendjemand hat eine freie Funktion geschrieben und ruft die jetzt überall in seinem Code, ruft der jetzt x.f auf und erwartet, dass sein f irgendwo gefunden wird. Und jetzt kommst du als Klassenautor und fügst eine Funktion f hinzu. Und die ganze Welt geht kaputt. Alle Programme, die sich darauf verlassen, gehen kaputt. Und das heißt, wir haben dann einfach keine Chance mehr, stabile Interfaces irgendwie weiterzuentwickeln. Es gibt Klassenautoren, nimmt Klassenautoren komplett die Möglichkeiten, ihr Interface zu definieren. Und das ist schwierig. Was vielleicht eine Möglichkeit wäre, ist dafür eine spezielle Syntax wie Invoke oder sowas zu haben oder eben eine Shorthand für Invoke. Ich meinte eigentlich gar nicht, dass es in der Sprache drin ist, sondern ich habe mal, oder ich habe das gelesen, Standard Invoke, mit der man jedes Callable aufrufen kann. Die gibt es, die gibt es, ja, das gibt es. Ich glaube, dafür habe ich allerdings kein Beispiel hier. Aber ja, die gibt es. Genau, also Invoke, ja, und da ändert sich auch gerade noch der Name von, glaube ich. Kann ich im März mehr zu sagen, dann weiß ich das. Aber ja, die gibt es. Ah, ein Invisible Goodie. Guaranteed Copy Elision. Wenn man einen Wert bei Value zurückgibt, dann konnte es bis jetzt auch schon passieren, dass der gar nicht kopiert wurde aus der Funktion raus, sondern dass er direkt im Kontext vom Aufrufer erstellt wurde. Das ist toll, dass das bis jetzt schon immer, dass das so optimiert wurde. Das ist aber ein bisschen blöd, wenn man sich nicht darauf verlassen kann, weil dann die Klassen, die man damit schreiben kann, oft ein bisschen komplizierter werden. Also wenn man so, so was wie ein Scope Guard macht, dann muss man da eben dafür sorgen, dass der nicht gemoved wird. Und wenn, oder das, ne, wenn der gemoved wird, müsste man eine Sonderbehandlung haben oder man verlässt sich halt drauf. Oder eigentlich müsste man den Move und den Copy Constructor löschen. Dann funktioniert es aber nicht mehr, weil der Compiler sagt, ja, ich mache zwar nie die Kopie, aber du musst mir garantieren, dass es geht, wenn ich es dann doch mal machen wollen würde. Und jetzt haben wir halt einfach die Garantie, nein, es passiert einfach nicht, es ist immer im Kontext des Aufrufers, es ist immer effizient. Das macht es ein bisschen einfacher und ein bisschen schneller. Gibt es dann eigentlich dafür auch schon die Idee, dass bei Variablen Initialisierung, also wenn ich der Variable hinschreibe, Auto X gleich irgendwas, die da trotzdem im Moment ein Copy Constructor voraussetzt ist? Das müsste da drin sein. Das müsste da drin sein, ja. Also ich bin nicht 100, aber doch, das müsste da drin sein. Ja. Oh, Data für String. Data kann man jetzt auch, non-const, da kann man jetzt auch reinschreiben. Machen auch die meisten Compiler schon so seit, keine Ahnung, 10 Jahren oder so, aber jetzt ist es auch garantiert. Inline-Variablen. Kann man direkt im Header definieren. Bisher musste man immer eine Translation Unit dafür anlegen. Das geht jetzt in einem. Wollt ihr noch mehr sehen? Parallel TS, ja. Oh, wir sind Sachen losgeworden. Wir haben ein paar Sachen rausgeschmissen aus dem Standard. Parallel TS, wir können jetzt die meisten Standard-Algorithmen, die es so gibt, kann man jetzt parallel ausführen, indem man als ersten Parameter so einen Identifier dran schreibt und sagt, ich möchte das bitte in parallel haben. Und dann kann er eben diesen Code, diesen Loop parallel ausführen. Es gibt ein paar Sachen, die sind neu. Zum Beispiel gibt es, glaube ich, der hier ersetzt Accumulate, Transform and Reduce. Man geht einmal über die Daten raus, verändert jedes Element, also parallel wird jedes Element irgendwie prozessiert verändert. Und dann werden jeweils die Elemente zu zweit in Merge, durch einen Merge-Schritt zusammengefasst und kleiner gemacht und wieder in das Resultat eingefügt. Das funktioniert, also es hat sich nicht viel geändert. Die Algorithmen bleiben weitestgehend gleich. Ein paar haben sich halt umbenannt und haben dann meistens eben auch leicht andere Requirements bekommen, weil es zum Beispiel nicht möglich ist, bestimmte Sachen in der Verarbeitung zu haben. Also natürlich kann man bei einem For-Each, wenn das parallel ausgeführt wird, darf man keine Rückreferenzen haben auf Werte, die vorher. Da darf man sich nicht darauf verlassen, dass vorher ein anderes Element bearbeitet wurde. Und je nachdem welch, es gibt hier verschiedene Identifier, die einem sagen, welche Garantien man erfüllen muss. Also man kann halt vektorisierbar, da dürfen dann halt gar keine Abhängigkeiten drin sein, unsequenced, da dürfen dann Atomics drin sein zum Beispiel, aber keine Logs. Solche Geschichten. Das ist sicher nicht das Ende der Geschichte von parallelen Algorithmen. Da fehlt noch ein wichtiger Building Block, um wirklich effiziente parallele Algorithmen zu bauen. Dafür bräuchte man noch Executor, wo man festlegen kann, auf welchen Threads welche Sachen verteilt werden und wie das genau funktioniert. Was ist lokal, was ist entfernt. Das kann man bisher noch nicht machen. Im Moment sagt man in der Bibliothek, tu was du kannst. Von mir aus ist es in Ordnung, wenn du das parallel machst, mach was du kannst und mach das Beste draus. Auch das bringt in vielen Fällen schon was. Das ist sicher ein Paket, was größer ist, wo man ganze Vorträge darüber halten kann. Und den halte nicht ich. Standard File System ist etwa Boost File System? Standard File System ist ziemlich genau Boost File System. Ein bisschen sauber gefeilt, ein paar Unstimmigkeiten, die lange drin waren, die man im Boost File System vielleicht auch nicht mehr geändert hat wegen Rückwärtskompatibilität. Jetzt an dem Schritt hat man gesagt, ja okay, ein paar Sachen sind wirklich komisch, die müssen wir noch anpassen. Ein paar Sachen, ein paar ungewöhnlichere File Systeme sind noch gekommen und haben gesagt, nee, das funktioniert mit unserem File System aber nicht. Das müssen wir dann vielleicht doch noch ein bisschen anders formulieren. Jetzt müsste es mit den meisten File Systemen funktionieren. Also Windows, Linux, Unix funktioniert sowieso, aber es gibt noch so ein paar Mainframe Geschichten, IBM und so. Die, oder auch auf einigen Mobilgeräten, die jetzt auch da mit erschlagen werden und dann funktionieren sollten. Ja, die sind so gut wie fertig. GCC hat, glaube ich, heute für den Sprachanteil gemeldet, dass sie fertig sind. Clang ist auch fast fertig. Die Bibliothek von Clang ist ein bisschen weiter als die von GCC. Aber also mit offiziellem Stempel, der ja erst nächstes Jahr auch kommt, also C++17, wird offiziell erst Ende diesen Jahres gestempelt und ist dann offiziell. Zu dem Zeitpunkt bin ich relativ optimistisch, dass wir dann auch die Compiler haben. Also fast alle Features kann man jetzt schon testen. Gut, dann bedanke ich mich erstmal und ich bin noch den ganzen Abend hier und ihr könnt mich mit Fragen löchern. Vielen Dank.